Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich freue mich, dass heute wieder unser traditionelles Schützenfest mit der Parade hier auf dem Sporplatz in Husen stattfindet und begrüßen Sie dazu alle recht herzlich. Wir besitzen eine gewachsene und fest verwurzelte Tradition, die uns jedes Jahr die gute Gelegenheit gibt, zusammen zu sitzen und zu feiern. Es sind heute mehr denn je alte Brauchtümer, wie das Schützenfest, die im Leben der Menschen zählen und ihnen unbeschwerte Stunden bereiten. Unser Alltag hat sich sehr verändert. Alles ist schneller geworden. Die Elektronik beherrscht uns immer mehr und vieles Neue bleibt zu manchen für immer fremd. Ganz besonders aber freue ich mich, dass in diesem Jahr unser Oberst Wolfgang Sagemüller die Königswürde errungen hat und zusammen mit seiner Frau Christa Sagemüller das Schützenvolk regiert. Immer wieder hat er gesagt, ich möchte nicht der erste Oberst sein, der das Schützenfest mangels König absagen muss. Und dann heißt es immer so schön, der Oberst war auch noch nie König. Nun steht er hier auf dem Platz und kann die Parade aus einer anderen Perspektive genießen. Dem Königspaar zur Seite stehen als Hofpaare Doris und Josef Dissen, Elisabeth und Anton Fleckner, Maria und Karl-Heinz Fleckner, Hildegard Efen und Reinhard Grawe, Monika und Hans-Bernd Jansen, Brigitta und Dietmar Kalpen, Hildrud und Reinhard Lange, Claudia und Josef Vorwach, sowie Christiane Diederich Schmidt und Anton Schmidt. Herr Adjutant, ich bitte nun die Königsorden anzustecken. Dasел Diese headphonesophie » Zie undDR Patreon, und dispatch Amen. Mein Liefer Theater appeared, »เลinhard, »Müller 98iger anger«, »Müller 98iger Juni, Dankeschön, Christian. Ich bitte nun, die Blasmusik, das Königsbar und die Hofbare hochleben zu lassen. Das Königsbar und die Hofbare, sie leben hoch! Ich übergebe nun das Kommando am Peter Gehten von dem Böllerschutz. Musik Das ist ein geiler Boss. Musik Das war's! Sie haben ihn zwei Seiten! Musik 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 Los geht es! Vielen Dank!